Der Zen-Meister Rinzai war in ein Soldatenlager zum Essen geladen. Beim Eingangspfosten traf er auf zwei die Gäste begrüßende Offiziere. Er deutete auf den unbehauenen Pfosten und fragte sie Ist der weltlich oder heilig? Die beiden Offiziere waren sprachlos. Der schlug der Meister auf den unbehauenen Pfosten und sprach Was immer ihr sagen wolltet Es ist ein unbehauerner Pfosten Dann ging er weiter Das ist ein unbehauerner Pfosten. Das ist ein unbehauerner Pfosten. Durch Unmittelbarkeit kann auch die einfachste und alltäglichste Sache zur höchsten Erfahrung werden wie sie vielleicht selbst schon in ihrer Zen-Praxis erleben konnten. Ein Schüler fragte einen berühmten Zen-Meister Was ist kosmisches Bewusstsein? Was ist das Wichtigste auf dieser Welt? Der Meister antwortete ihm Hier sitze ich auf einem Stein ganz für mich allein Ein Schüler fragte ihn Ähnlich dem Taoismus identifiziert sich Zen mit dem naturgegebenen Ablauf der Dinge. Ein reicher Mann, der den Zen-Meister Sengai besuchte, bat ihn, eine Kalligrafie für sich und seine Familie zu schreiben. Es sollte etwas sein, was seine Familie glücklich stimme und als Leitspruch über die Generationen hinweg im Gedächtnis bleiben könne. Sengai schrieb auf ein großes Reispapier, Vater stirbt, Sohn stirbt, Enkel stirbt. Da wurde der Mann sehr ärgerlich. Ich habe euch gebeten, etwas zu schreiben, was meine Familie glücklich macht, sagte er. Was soll da dieser makabre Scherz? Sengai aber erwiderte, das sollte kein Scherz sein. Wenn dein Sohn vor dir sterben würde, wärest du sicher traurig. Wenn dein Enkel vor deinem Sohn sterben würde, so würde das deinen Sohn und dich sehr bekümmern. Wenn dagegen deine Familie Generation für Generation in der Reihenfolge verstirbt, die ich bezeichnet habe, so ist das der natürliche Ablauf des Lebens. Das nenne ich wahres Glück. Das nenne ich wahres Glück. Obwohl wir in einer Welt der Gegensätze leben, lehrt Zen, sich nicht den Kopf über Gut und Böse zu zerbrechen. So sagt der Zen-Meister Bankai, Hast du etwas Gutes getan und prallst damit, so ist das Herz, das sich darin gefällt, böse. Und weiter spricht er, Rolle Gut und Böse zu einer einzigen Kugel, wickle sie in Papier und wirf sie weg. Ein Samurai kam eines Tages zum Zen-Meister Hakuin und fragte ihn, Gibt es wirklich Himmel und Hölle? Da sagte Hakuin, Wer seid ihr überhaupt? Der Krieger antwortete, Ich bin der bekannte Samurai Nobushige, ein gefürchteter Schwertkämpfer. Hakuin erwiderte, Du willst ein Samurai sein? Du reizt mich zum Lachen. Du siehst eher aus wie ein Bettler. Der wütende Nobushige griff daraufhin zum Schwert, was Hakuin nicht hinderte, fortzufahren. Wirst du jämmerliche Figur dein Schwert auch einsetzen können? Als der Samurai sein Schwert zog, sprach der Zen-Meister. Hier öffnen sich die Pforten zur Hölle. Betroffen durch diesen Hinweis, schob Nobushige das Schwert in die Scheide zurück, verbeugte sich vor Hakuin und dankte für die Belehrung. Hakuin aber sprach, Hier öffnen sich die Pforten zum Himmel. Untertitelung des ZDF-Innen Wenn, wie in der vorigen Geschichte, auf die Polarität hingewiesen wird, so hat dies im Zen nie etwas moralisch Bewertendes. Ein Zen-Mönch kam zum Meister Bankai und bat ihn um Belehrung. Er sagte, Ich habe so oft aggressive Laune. Wie kann ich sie heilen? Du hast da etwas sehr Seltsames, antwortete Bankai. Lass es mich sehen. Jetzt im Augenblick kann ich sie euch nicht zeigen, sagte der Mönch. Ich bin jetzt ganz anderer Stimmung. Wann kannst du mir denn deiner Zorn zeigen? fragte Bankai. Er kommt ganz unerwartet, sagte der Schüler. Dann kann er nicht deine wahre Natur sein, erwiderte Bankai. Denn dann könntest du mir deinen Zorn jederzeit zeigen. Denke darüber nach. Dann kann er sich nicht mehr. Und dann kann er nicht mehr. Dann kann er nicht mehr. Oder es ist mir, dass du mir, dass du mir in die Gotzebe in der Erde sein kannst. Einheit und Verschiedenheit, Wesen und Form, Geist und Körper sind im Verständnis des Zen-Eins. Ein Laie fragte einen Zen-Meister, »Die Welt ist eine so weite Welt. Warum schlagt ihr da die Glocke und tragt zeremonielle Gewänder?« Da erwiderte der Zen-Meister, »Um Zen zu lernen, ist es nicht wichtig, irgendeiner Form zu folgen. Auch wenn manche bei rituellen Handlungen Erleuchtung erlangt haben, so ist dies doch ein sehr gewöhnlicher Weg. Das ist nicht wahres Zen. Wenn du verstehst, sind alle Dinge eins. Wenn du nicht verstehst, sind sie verschieden und getrennt. Wenn du nicht verstehst, sind alle Dinge eins. Wenn du verstehst, sind sie verschieden und getrennt. Wenn du nicht verstehst, sind sie verschieden und getrennt. Frei in der Welt der Gegensätze leben, kann nur der, der ganz im gegenwärtigen Moment aufgeht. Eines Tages fragte ein Mönch den Zen-Meister Tosan. Gibt es Freiheit in einer Welt der Gegensätze? Wie können wir heiß und kalt vermeiden? Tosan antwortete, warum gehst du nicht dorthin, wo es weder heiß noch kalt ist? Da fragte der Mönch, wo ist denn ein Ort, der weder heiß noch kalt ist? Da sprach der Meister, wenn es kalt ist, so sei vollständig kalt. Wenn es heiß ist, so sei vollständig heiß. Musik In der Esoterik setzt man sich viel mit dem Begriff des Heiligen auseinander. Doch entpuppt sich bei näherem Hinsehen Heiligkeit allzu oft nur als Scheinheiligkeit. Daher gibt es in Zen-Geschichten oft Warnungen vor der Versuchung dieser Bigottenheiligkeit. Der chinesische Kaiser Wu-Ti fragte den Zen-Meister Bodhidharma. Was ist der höchste Sinn der absoluten Wahrheit? Bodhidharma erwiderte. Offen und weit Nichts von Heiligkeit Bodhidharma 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 die Einfachheit. Wenn du eins mit dir geworden bist, hast du kein Bedürfnis, durch Spektakuläres aufzufallen. Du musst dann nicht dein Minderwert empfinden durch Außergewöhnliches kompensieren. Es wird berichtet, dass ein Schüler des Zen-Meisters Rin sei mit dem Anhänger eines anderen Meisters sprach, der sagte, unser Meister kann Wunder wirken. Ich habe mit eigenen Augen gesehen, wie er aus der Luft Gegenstände hervorzauberte und vieles andere mehr. Was ist denn das Besondere an eurem Meister? Kann er auch so Großes vollbringen? Welche Wunder kann er denn wirken? Da antwortete der Schüler von Rinzai, das größte Wunder, was mein Meister wirken kann, ist, keine Wunder zu vollbringen. Jochen Grauk, versögen, ganz wunderbar. Die wahren Wunder des Zen liegen in der Erfahrung, die in der Erfahrung des Alltäglichen als Wunderbarem. Darauf deutet der Zen-Meister Dogen hin, als er von einem Mönch folgendes gefragt wurde. Meister, ich möchte leidfrei leben lernen, über Leben und Tod hinausgehen. Dogen, sagt mir, was soll ich nur tun, um dorthin zu gelangen? Dogen sprach, Hast du schon gefrühstückt? Der Mönch sagte, ja. Darauf Dogen, dann geh und wisch deine Essschale aus. Sollten Sie nach Gießen-Sendern gehen, noch immer die quälende Frage haben, was ist eigentlich Zen? So gibt es nur eine Antwort. Der Text ist jetzt zu Ende. Ihr Atem aber fließt auf wunderbare Art weiter. Er, das war ja. Der Text ist jetzt zu Ende. Amen. Amen.